So, schnurrstack seht's hier weiter. Wir gucken erst mal, dass wir das vielleicht hier transferiert kriegen zu Jessica. Oh, geil. Ich tippe mal, dass es gegen den Helm ausgetauscht wird, oder? Ja, wo ging das H-Bench hier? Transfer nach unten. Ja. Transfer nach unten. Äh, lassen wir mal transferen. Packen wir mal da ein. Da, 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 da. Stopp. Zick. Transfer. Jo. Dann kann das nämlich weg. Und Transfer nach unten. Dann hätten wir das schon mal alles weg hier. Mal gucken, was haben wir denn hier noch alles drinne? Magische Tierhaut. Etwas Spitzes. Ich bin aber linken, wenn ich irgendwas mit dem verbraten kann. Probier's mal aus, wenn jetzt nix im Kessel ist. Okay, nix drinne. Das heißt, wir können vielleicht eventuell... Okay, das können wir nicht damit machen. Ne, den will ich da nicht für verbraten. Vielleicht machen wir... Äh, noch nen Käse. Jo, starten wir. Okay, danke. Wir wollten mal nicht. Wir wollten nämlich weitergehen. Wupp. Ich konnte ne Klippe runterspringen. Ist auch ein bisschen komisch. Dahinten, was ist das denn da am Berg? Ist das ne Höhle oder so? Ah, da ist das Schiff. So, Felsbombe. Äh, am besten erst die Felsbomben. Äh, noch Säusel, zack. Tanzt nicht, danke. So, guck mal, dass wir vielleicht erst die doch down kriegen hier. Ei, nix. Jetzt haben wir gleich Explosionsbomben hier. Ja, nice. Jetzt können wir hier... Äh, Gepäck. Und Angelona drob. Dass man wirklich nicht die Ausrüstung sehen kann. Das ist eigentlich schade. Ähm. Warum klauen die man die Mana-Punkte? Da und hier. Oder Magie-Punkte, was sind? Oh, hat... Steinsalz für uns da gelassen. Okay. Hab' ich noch keine Ahnung, für was wir das benutzen. Äh, müssen wir irgendwie jemand helfen? Nö. Obwohl wir können hier noch... einen kleinen Schub draus setzen, dann ist das wieder gut. Da ist der Chef. Was ist das? Nein, ich habe nie... Was haben wir hier? Ja, das muss ich sein. Das Anstert船, das wir über in Pickham haben gehört. Jetzt können wir Doolmagus wiederholen Doolmagus nehmen. Aber es ist enorm. Wenn nur es nicht gut war. Ich weiß. Jetzt schauen wir mal. Hier ist mein Kastel. Das bedeutet, dass wir jetzt... Wir sind unglaublich. Wir sind direkt nach dem Kastel. Ich wusste nicht, dass wir so... Dann gehen wir erst zum Schloss. Auf auf und davon. Gehen wir am besten lang. Anscheinend Rille. Ich glaube obens... Oben können wir lang gehen und unten lang gehen. Hoffe ich mal, ne. Hier können wir nicht lang gehen. Okay. Hat es die Sache schon geklärt. Ah, Bomben. So, immer. Dittwisch, Guide, Kussand. Bitte schön. Anisiert die Lage. Oh, dumm, 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 dumm. Ein Schadensmund. Ich rappel hier einen aus. Komm, Jingles. Oh, das gibt's nicht. Äh. Warte mal. Was machen wir? Äh, 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 äh. Das probieren wir's aus. Oh, die kriegen gut Schaden bei Wasser. Alles klar. Super. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann können wir da mal so Eis draufpacken. Eisgegenstände. Ist doch nix für uns. Schade. Ah, weiter. Ah, da müssen wir irgendwie... Äh, ja, genau. Lauf erst mal ganz außen rum. Ah, ja. Immerhin. Darum ist auch ne Schatztruhe. Wollen wir denn? Na, wir gehen da hin. Komm. Juuuut. 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 Äh. Knister. Angelo kann eigentlich nen Säusel machen. Juuuut. 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 Ah, schonmal zwei. Fertish. Und nochmal zwei. jogging ist aber bitte nicht es ist nervig kann man ja schon angriff starten tschüss da hat sich ausgespielt marionette level 17 es geht was machte da gucken zwei hier drauf und zwei darauf fertig so was kann der zauber denn okay muss irgendeine attribute sein da einflug der ein ins hinsatz schickt okay interessant interessant aber wir sollten mal vielleicht probieren einschalten wir kriegen sie denn auf ein eisenhammer okay ich würde sagen wir machen so der hat immer noch nichts ist ein bisschen schade gehen wir dahin nicht versuch erstmal die hand wegzukriegen dann können wir vielleicht das neue aus ok nicht betroffen von klatsch und ich schon wieder mit saueres ballett weiß und der verliert immer seine mp punkte okay er kann schon mal keine unterstützung rufen ich sagen noch mal so was haben wir denn noch wo wart mal vielleicht kriegen wir mit knister auch alles kaputte hier so ja kein problem hier zack das scheint kein problem gewesen zu sein jetzt sollte ich bald jessica wieder steigen fertig würziger käse jetzt wollte ich mal und hier so eine heilkraut benutzen was hatten wir einen tag gemacht heißt er hat mir zwischendurch gemacht wo wir glaube ich die venus trainer geholt haben und das ist leider ein bisschen abgeschissen naja können wir ja neu produzieren so hier lang und das war ja und links diese marionetten na warte mal eine einzelne marionette versuchen wir erstmal drauf zu obwohl warte mal erstmal die zwei das heißt äh brutzeln genus kümmert du dich mal um die eine äh mega steckung knister tschüss da einer kann nicht mehr für aushalten das heißt jessica können eigentlich ein schiff angriff direkt raus starten das heißt in dem gepäck den benutzen und andere hilfe hinten drauf dann sollten sie eigentlich weggehen jawohl kein problem öffnet sie steinsalz